ja meine lieben herzlichen willkommen im talersprinzip herzlich willkommen bei abonacho letztes mal wieder so eine chaos folge weil daran vergessen doch nicht gemacht das haben zu schnell gemacht und halten abonacho gibt zu dafür mögt er mich auch so ein bisschen ein kleines bisschen okay wir haben also ein wort ein was haben wir da denn erzähl mir was es geht hier nur um stolz oder die aufzeichnung dieser willkürlichen gedanken diese briefe an die zukunft nichts als ein verzweifelter griff nach unsterblichkeit aber du solltest wissen ja das alles war meine idee mein projekt aber so viele menschen haben geholfen menschen die ich nicht kenne menschen die ich nie getroffen habe menschen die dinge tun können die ich nicht einmal verstehe dinge für die ich sollten wir erfolg haben wenn das hier jemand hört wirklich keine anerkennung verlangen darf was wir erreicht haben haben wir zusammen erreicht und wenn wir gescheitert sind dann ist es egal wo die jetzt gerade vom briefe spricht hätten kommen zu der die an die einzelnen sachen alle mit lesen sollten ich habe ein konnektor ich habe ein konnektor ich habe ein konnektor wie ich okay das sollte wohl einfach sein das war jetzt mal so der einfache teil vielleicht dazu bräuchten zu dann machen wir uns jetzt den teil einfach mal so und so dann komme ich auch durch die türen okay und jetzt da haben wir noch einen konnektor so kriegen wir auch hin zwar von hier und hier so jetzt sind wir gleich einmal im kreis gelaufen naja war na okay sonst noch irgendwas nein oh das ist ja doof könnte ich nicht eher einen konnektor haben statt eine kiste oh damit kriege ich ihn schon mal verbunden ich denke kann ich jetzt viel länger nicht mehr ziehen ich gehe jetzt da weg dann habe ich das problem dass dann der tor wieder dicht geht dem werde ich wohl damit verbinden können ja aber ich mache schon mal vor ich sage aber hiermit aber ich muss ja hier durch und auch wenn ich jetzt die kiste da irgendwo hinstelle wüsste ich jetzt nicht wie ich den damit verbinden sollte seitdem was war denn da nix ähm ne hahaha wenn ich den jetzt da weg nehme und hier rein stelle dann kann ich ja diese Tür nicht mehr öffnen und das wird mir hier hm wäre auszuprobieren ne den kriege ah den kriege ich ja kann ich auch knicken was ich jetzt gedacht habe aber den kriege ich ja gar nicht ähm da ans Fenster ran komm ich denn hier irgendwo rüber ne 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 von hier auch nicht ach so dann habe ich mich gerade gefragt was denn da da aber so kriege ich den auch nicht und 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 hier rein stellen nutzt mir nix weil ich brauche den ja auch um diese zu öffnen so machen wir wieder das ding egal welchen ich jetzt hier aktuell wegnehme nehme ich glaube wenn ich mir den da wegnehme dann mache ich mir halt diese Tür die ist halt auch schon mal doof kann ich den noch ein wenig umstellen ne kann ich nicht und das würde auch mit der mit der Kiste nicht gehen dafür ist es nicht hoch genug na gut den mit dem da verknüpfen wenn ich da hinten irgendwie hinkomme aber ich müsste jetzt überhaupt erstmal hier reinkommen ich glaube ja habe ich das schon verknüpft habe ich nicht ok ach so weil ich die jetzt nicht verknüpft habe ja was kann die stellt sich immer noch die Frage wie ich diese Tür aufkriege wenn nicht mit dem Yammer ach so das sind mir zwei verschiedene Eingänge hier würde ich jetzt nur den Yammer sehen das Problem ist halt dass ich das ja gar nicht machen kann doch wofür habe ich die Kiste gekriegt na wofür habe ich sie gekriegt ah wo nachdenken wo ist denn deine Kiste einfach mal nachdenken und dann klappt das auch mit der Jammers so so weit so gut dann komme ich auch hier durch komme ich auch hier ran ähm man kann halt so machen hallo Bombe du magst mich nicht oder lass mich da erstmal was gucken ja hm hm äh ähm äh auch tof Du siehst mich nicht. Ach du, ja, dazu muss ich auch wieder ein Jammer haben, wenn ich da durch will. Ich bin mal auf Rapatz zu machen. Was ist denn da oben? Nix. Da ist ein Stern, der nutzen wir jetzt aber überhaupt nichts. Ein klein wenig Kann ich hierzu nicht mitnehmen? Kann ich gar nicht mitnehmen, ne? Ne. Ja, ich kann jetzt diesen Connector nehmen. Kann damit diese Tür offen halten. Das ist ja schön. Kann ich nicht, weil ich hier nicht durchkomme. Das heißt, diese Tür offen zu halten, ist auf diesem Wege schon mal gar nicht möglich. Ich hätte hier auch nicht mehr Möglichkeiten. Weil ich könnte den dann wegkriegen. Könnte ich nicht, weil ich an den nicht rankomme. Wow. Okay. Also den hier reinzuholen, würde mir nichts bringen. Weil, ob ich den jetzt da hinten weg, weghole oder vorne weghole, ist eigentlich das gleiche in grün, weil ich ja den auch mal haben muss. Was ich ja so auch schaffen würde, aber den Rest halt nicht mehr. Hm. Und die Frage ist auch, wie kriege ich die Bombe da weg? Also einfach macht Talos mehr als nicht, ne? Beziehungsweise Elohim. Definitiv nicht. Junge, Junge. Wüsste jetzt gerade nicht, wie ich die anders aufteilen sollte, um da irgendwie ein mehr zu haben. Also. Wie lange, wie ich das hier mache? Jetzt nehme ich mal den. Na gut, das habe ich ja eben gemacht. Da hinten geht es doch gar nicht hin. Ne. So. Ich könnte mir da vorne den... ...eventuell sparen? Nein, kann ich nicht. Weil ich den nicht so weit da runter zimmern kann. Aber ich kann... Aha. Haut auch wieder nicht hin. Ja, ne. So war das jetzt nicht gedacht, Kollege. Also. Den kriege ich nicht so weit runter. Ich hatte jetzt erst gedacht, ich stelle den eben da vor, dass ich von hier aus, durch das Loch in der Wand, den da mache. Aber den kann ich ja nicht so weit runterziehen. Also das hier ist ja... ...das Beste, was ich machen kann. Also das hier ist ja nicht so weit runter. Okay. 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 Also das muss ich jetzt passen. Ähm. Ja gut, den kann ich mir auch gleich nochmal aufheben. So. Da muss ich durch. Ähm. Das kann ich nur mit dem Yammer. Ah, ich könnte mir halt mit dem Yammer jetzt erstmal die Tür öffnen. Das kann ich wohl tun. Dann kann ich mir den Connector nämlich rüberholen. Das ist ja schon mal möglich. So. Ne, ne. Von innen. So, dann könnte ich mir den... Ich weiß noch nicht, ob man das noch was nutzen wird. Das ist jetzt mal sowas Ding. So. Dann kann ich mit dem Yammer-Dick-Ting aufmachen. Und dann einen weiteren Connector da hinten. Ähm. Was mir gerade so gar nichts nutzt. Das war wieder... Ich hab... Hab jetzt an dem wieder nicht gedacht. Wenn ich den... Schwierig. Glaube nicht, dass das... Hinhaut. Zumal das auch Blödsinn ist, ob ich den jetzt da draußen stehen hab, ob er hier drin. Das kommt doch irgendwie alles aufs Gleiche raus. Der Yammer steht jetzt hier vorne und den krieg ich da auch nicht weg. Weil hier kann ich machen, was ich will, dass wir ihn nicht miteinander verbinden können. Das heißt hier... Das heißt hier... Hmm... Hmm... Wenn ich hier den Yammer mal kurz dran halten könnte, was ich kann... Das kann ich tatsächlich. Dann wäre das eventuell eine Möglichkeit. So. Mal einmal hinstellen. So, jetzt muss ich die... Damit ich den Yammer rauskriege... Mal einmal so öffnen. Ja. Und da haben wir ihm schon wieder nicht richtig nachgedacht. Also ich... Kann ich den so öffnen? Ja. Und ich kann ihn auch wieder damit verbinden. Alles kein Ding. Aber ich hab mir gedacht... Wenn ich mit dem Yammer mal kurz diese Tür offen halte, dann kann ich den... weiter nach vorne stellen. Und... Hier eben mit öffnen. Und der wäre frei. Das Problem an der Geschichte ist nur... Theoretisch gesehen funktioniert das. Praktisch gesehen kriege ich dann... Komme ich dann nicht mehr raus. Weil ich die Tür ja nicht mehr aufkriege. Beziehungsweise rein. In diesem Falle. Oder doch? Ach, ich hab... Ich hab schon eine Matsche. Ich krieg ja die Tür ja nicht aufgehalten. Hier kann ich jetzt von hier auf. Okay. Aber dann ist halt die Tür zu. Und dann bleibt es halt zu. Weil kann ich nichts mehr machen. Ist also irgendwie alles geopst wie gesprungen. Momentan. Wieso nicht? Ach so. Ja, mit dem Yammer müsste ich ja diese Tür aufhalten. Damit ich hier reinkomme. So weit ist so gut ja alles. Nur wie komme ich hier weiter? Das ist jetzt das Ding. Das ist jetzt das Ding. Also mir fehlt aktuell... Ein kleines Ding. Ein kleines Ding fehlt mir. Und den muss ich auf jeden Fall da stehen lassen. Sonst komme ich da hinten nicht dran. Oder um da hinten dran zu kommen, brauche ich den. Und dann brauche ich auch gar nicht irgendwie daran denken, den halt reinzuholen. Um da durch die Tür durchzukommen, brauche ich den da dort ist. Das kann ich von hier nicht machen. Das ist keine Möglichkeit. Ja, und von hier aus kann ich halt nicht da dran. Von hier aus komme ich halt... Das geht also egal, wie ich das hier jetzt versuchen würde wollen. Wird auch nicht funktionieren. Ich muss hin auf jeden Fall. Ich kann jetzt zwar versuchen hier ein bisschen knappe hinzustellen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringen wird. Okay, damit diese Tür aufbleibt, müssen auf jeden Fall der und der hier stehen. Und alle anderen sind nur dafür da, um die Türen aufzumachen. So. Den Tattel jetzt nur dafür da, um mir die Türen aufzumachen. Für nichts anderes. Aber die Tür brauche ich doch gar nicht mehr aufzumachen. Aber die Tür da hinten muss ich nur aufzumachen. Okay. So. Ah. Das hier geht ja nur mit Yamaha. Das geht ja gar nicht anders. Und da haben wir nämlich wieder als kleine Übel, weil ich den Yamaha halt jetzt nicht hier reinkriege. Weil ich kriege den auch nicht hier angeschlossen. Äh, wäre sowieso hier. Und damit hat sich das Thema dann grundlegend erledigt. Weil ich ja nicht um die Ecke komme. Nee. Baut nicht hin. Zumal ich mir das auch nicht nutzen will. Also davon ganz abgesehen. Ich sehe momentan keine möglichen... Also jetzt momentan sehe ich die Möglichkeit nicht, einen Connector zu sparen. Ich weiß, dass es möglich sein muss, weil bis jetzt ist jedes Riss laufgegangen. Man muss halt nur gucken, wie. Aber jetzt momentan sehe ich einfach noch nicht die Möglichkeit, mir einen Connector zu sparen. Und das ist ein Problem. Das ist das Problem. Also so, wie ich das jetzt momentan sehe, die Kiste wird mir nur als Ballast helfen. Aber auf keinen Fall, indem ich einen Connector höhere stelle und dann irgendwo hinkomme, wo ich sonst nicht hinkommen würde. Ja, und hier müsste ich dann ja schon bald zwei Stückchen stellen. Habe ich da was übersehen mal wieder? Nee, habe ich nicht, weil ich komme da hinten nicht dran. Also was nutzt mir das, wenn ich jetzt hier einen hinstelle und hier einen hinstelle, dann habe ich auch zwei verbraten. Nutzt mir insofern also jetzt nichts, zumal ich keine zwei übrig hatte. Ah, ein Götzchen. Mir fehlt, äh, mir fehlt gerade ein Connector. Ich glaube, bei dir hier fangen wir beim nächsten Mal nochmal an. Vielleicht habe ich mir sagen, mein Kupf wieder ein bisschen freigeschaufelt, weil... Oder ich probiere das vorab, einfach mal ein bisschen hin und her. Ist auch nichts mehr, nee. Eben brauche ich ja zwangsläufig auch. Und den Jammer brauche ich auch, um die Bombe zu stoppen. Also irgendeinen Winkel muss es hier geben, der mir ermöglicht, das alles zu tun. Das werde ich mal ausprobieren. Und melde mich dann wieder. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht alles nochmal und dann hier stundenlang rumstehen und eigentlich nichts tun, weil ich den Weg nicht bin. Ich probiere das erst ein bisschen aus und suche den Winkel. Und dann sage ich euch das, wenn ich das Ding gefunden habe. Jetzt momentan ist, ähm... Ich habe eins, zwei... Drei Konnektoren. Drei Stück. Und mit dem da muss ich den Weg so weit freikriegen, dass ich mich mit dem Jammer auch immer wieder durchbügeln kann. Und dass die Konnektoren die Schlüsselposition hier irgendwie alle immer so haben... Den kann ich auch gar keinen Fall wegnehmen. Den brauche ich notwendigerweise, um da hinten dran zu kommen. Und den habe ich so weit nach unten gezogen, wie es eben ging. Und wenn ich den weiter nach oben ziehe, nutzt mir den auch nicht mehr und direkt damit verbinden kann ich ihn auch nicht. Könnte den... Kann ich den hier hinstellen? Ne, auch nicht. Das... Ja, vielleicht wenn ich den... Ja, geht auch wieder nicht. Und hier... Na, dann nutzt es mir wieder nichts. Ich war jetzt halt immer überlegen, den so hinzustellen, dass ich den dorthin stellen kann. Wobei das auch wieder Blödsinnig wäre. Naja, ich werde da auf jeden Fall nochmal drüber gucken müssen. Das war wieder eine 14-Tage-Session, deswegen seid man nicht böse. Ist jetzt momentan einfach noch notwendig, weil ist halt, was ich dachte eingangs, noch die Borezeit. Was man auch noch anbetrückt. Und deswegen muss ich da jetzt müssen gucken. Schön, dass ihr da gewesen seid, wenn es euch gefallen hat. Ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, da seid ihr auf euren Social Media. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Also, bis dahin. Bye-bye.